Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen in die Runde zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin weiterhin etwas nach unten hingedrückt. Wir sind in der Spitze bis auf 22.500 US-Dollar gefallen. Trend gebrochen, lower low, noch nicht ganz. Warum, wieso, weshalb, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und kommt natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges oder irgendwelche kurzen Chart-Analysen. Gerne reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Gut, und damit genug Werbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 22.000, naja, knapp 800 US-Dollar. Wir haben einen leichten Abverkauf auf dem 4-Stunden-Chart. Auf dem 1-Stunden-Chart sieht es dann meines Erachtens gar nicht mehr so schlimm aus. Klar, wir haben jetzt hier einen Push, wir haben einen zweiten Push, so einen dritten Push, um die Stop-Losses hier unten nochmal abzugrasen. Ist nicht gerade unwahrscheinlich bzw. sogar hier unten in die Region um 22.319 US-Dollar. Also an diesen Lows hier würde ich einfach nicht abschreiben. Wir haben noch keinen Bearish & Retest gesehen. Was meine ich mit Bearish & Retest? Von unserem, sag ich mal, Abverkaufslevel bis zu unserem derzeitigen Low ist es normalerweise üblich, dass wir uns einfach nochmal das Golden Pocket holen. Das haben wir hier weder in dem kleinen Golden Pocket gemacht noch in diesem großen. Also das heißt die Chance, dass wir eben, nachdem wir hier unten dieses Stop-Losses geholt haben, nochmal hochgehen in den Bereich der 23.400 US-Dollar ist auf jeden Fall gegeben. Das heißt für mich, ich würde hier unten eine kleine Long-Position hier unten eingehen in diesem Bereich. Wahrscheinlich eher unter diesem Low hier bei 22.344 mit sehr, sehr eng Stop-Loss, weil das Problem einfach ist. Also hier unter diese 22.210 muss es auf jeden Fall ein bisschen tiefer, weil darunter ist halt einfach nichts mehr. Wir haben dann hier unten dieses Void, wir haben dann hier die 21.6, über die wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben, dass das ein signifikantes Level ist, welches wir im Auge behalten sollten. Wir ziehen uns auch mal hier das FIP-Level von unserem kompletten Pump eigentlich. Da seht ihr auch, okay, Golden Pocket 21.776, das wäre dann so dieser nächste Bereich, wo ich einfach Support erwarte. Aber wie gesagt, da haben wir letzte Woche eben schon mal drüber gesprochen, dass das ein wichtiges Level werden wird, um auch möglicherweise sogar schon ein höheres Tief zu bilden, zumindest jetzt von dieser kleinen Bewegung. Aber erstes Ziel jetzt auf jeden Fall, weil wir dann im Endeffekt drei Pumps oder Dumps nach unten hin hatten. Ihr kennt das gleiche Spiel im Endeffekt mit den Pumps. Drei Pumps nach oben in der Woche, dann ist die ganze, ja, diese ganze Pumpphase im Endeffekt abgedeckt. Und genauso könnten wir auch sagen, okay, wir haben drei Dumps nach unten hin, das wäre jetzt dann der dritte, mit hier eben diese Lows abzufischen, Konsolidierung und dann zumindest das Ziel 23.4 in das Golden Pocket. Brechen wir da drüber, ist es wieder bullisch, dann sehen wir wieder die 24.4 bzw. 25.2, wo ja weiterhin das anvisierte Ziel ist. Ansonsten brechen wir da drunter, ist wahrscheinlich das nächste Ziel hier, die 21.663 US-Dollar. Das ist auch meines Erachtens nach weiterhin die bullischere Variante. Einfach um hier schon mal das erste Void zu füllen, dann in Richtung Fett nochmal bullisch nach oben hin zu brechen und dann möglicherweise hier so ein Doppeltop reinzukriegen. Für mich weiterhin übergeordnet einfach das Ziel 18, 19k. Ich kann es nicht oft genug betonen, das ist oder sollte zumindest das Korrekturtief sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier von den 24k einfach mal ausgehen, bis runter wären es hier, ich sage jetzt mal, knapp 26 bis 23% Korrektur. Vom jetzigen Level her wären es dann immer noch 16%. Aber für mich einfach die bullischere Variante. Wir würden ein höheres Tief einfach bilden und wir brauchen für eine Aufwärtsstruktur immer ein höheres Tief. Einfach um die ganze Struktur, sage ich mal, die alte Struktur, die bearish war, nach oben hin, sage ich mal, zu durchbrechen, um da nochmal eine Bestätigung reinzukriegen. Und wer Pattern-Freund von euch ist, beziehungsweise wer Pattern-Trading macht, ist dem vielleicht auch schon aufgefallen, dass wir hier dann auch sagen könnten, okay, wir hätten hier ein schönes Inverse Head & Shoulders, sollten wir hier runterkommen irgendwo in diesem Bereich zwischen 18.000 und 19.000 US-Dollar. Ist natürlich auch ein Trendwende-Pattern. Also für alle Pattern-Freunde, es gibt noch Hoffnung und dann das Ziel natürlich hier irgendwo in Richtung 30.000 US-Dollar. Aber dafür, wie gesagt, muss erstmal eine Korrektur kommen. Momentan sieht so eine starke Korrektur noch nicht aus. Passen natürlich oder würden natürlich dann die Fat-News dazu passen. Natürlich, der Markt macht grundsätzlich, sage ich mal, die News. News an sich sind der Katalysator einfach nochmal zusätzlich. Und wir haben eben seit Tagen im Endeffekt wirklich diese bearish divergence, die jetzt hier ein bisschen ausgespielt haben. Wir haben kein höheres Hoch auf Daily-Sicht geknackt. Wir haben im Endeffekt hier oben nur die Liquidität abgefischt. Und trotzdem die Möglichkeit, dass wir eben nochmal dieses Hochfischen oder zumindest Richtung 23.700 US-Dollar, wo eben unser Golden Pocket liegt, nochmal abfischen, ist sehr, sehr groß. Aber ansonsten Korrektur für mich absolut drin, beziehungsweise Korrektur ist ein absolutes Muss für dieses höhere Tief. Und danach können wir von mir aus ultra-bullish werden. Danach, vielleicht gehe ich dann auch nochmal mit meinem Restall in 25% Kapital, sind immer noch zur Verfügung momentan. Beziehungsweise sammle ich weiterhin USDC ein bisschen an, einfach um nochmal ein bisschen gewappnet zu sein und noch ein paar Altcoins möglicherweise ein bisschen günstiger nachzukaufen. Aber ansonsten, wie gesagt, auf dem Daily-Timeframe ist es mehr Liquiditätsabgreifen. Auf dem 4-Stunden-Timeframe hat sich die bearish divergence jetzt ein bisschen mal abgeschwächt. Wir haben zwar immer noch ein RSI von 40, trotzdem sollten wir hier nochmal runterkommen, sollte eher so ungefähr hier in dem 30er-Bereich sein. Und dann haben wir nochmal Luft bis nach oben hin, circa bis 24.000, 25.000 US-Dollar sollten wir hier das Golden Pocket auf jeden Fall durchbrechen. Die Richtung von momentan einfach immer noch long, weil wir auch, klar, wir haben die letzten Tage darüber gesprochen, das Volumen nimmt ab. Aber wir haben auch sinkendes Volumen jetzt auch in dem Abverkauf kein wirklich stark steigendes Volumen gehabt. Spricht für mich weiterhin eher dafür, dass wir noch ein bisschen steigen können. Gut, dann rüber zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderung. Wir befinden uns, obwohl Bitcoin eigentlich ein bisschen mehr nachgegeben hat. Und das ist momentan immer so ein bisschen die Zwickmühle. Da haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Ethereum verhält sich ein bisschen komischer als Bitcoin, muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, okay, Ethereum bearischer als Bitcoin, weil wir hier keine höheren Hochs mehr gebildet haben, sondern eher hier dieses korrektive Hoch hier in dem Bereich der 1.660. Dann ging es gestern genau an unseren Abtrend hier wieder hin bei den 1.536 oder heute über Nacht. Und der hält noch. Also es sieht ein bisschen besser aus als bei Bitcoin sogar. Und es kam nicht dieser rasche Abverkauf, so wie bei Bitcoin. Also das Ethereum ist deutlich, deutlich schwerer zu traden. Der Abtrend hält noch. Das heißt, wir sind hier noch in einem Abtrend. Und so lange bietet sich auch meines Erachtens nach kein Short an. Da müssen wir immer noch ein bisschen aufpassen. Für mich die Richtung weiterhin, klar, erstmal noch nach oben. Ich würde trotzdem momentan zumindest die Finger von Ethereum lassen. Insgesamt, wie gesagt, ist mein Korrekturlevel weiterhin hier unten diese 1.350 bis 1.400 US-Dollar irgendwo in dieser Range, um die Vektoren zu füllen, um diesen ehemaligen Widerstand, den wir hier unten haben, einfach nochmal als Support zu bestätigen. Und wir haben auch hier, auch wenn es jetzt sich das Musterbeispiel einfach dazu ist, mit einer Andeutung hier für ein Inverse Head & Shoulder, sollte sich das dann irgendwann mal so ausspielen. Aber das muss man, wie gesagt, noch ein bisschen im Auge behalten. Ist immer noch ein bisschen zu früh. Gefällt mir vom Kontext her viel, viel besser als bei Bitcoin. Äh, viel, viel beschissener sieht es hier aus als bei Bitcoin. So kann man es ein bisschen eher sagen. Trotzdem sollten wir das mal im Auge behalten. Und für mich auch wichtig, dieser Punkt, das Golden Pocket. Einfach bei dieser Korrektur, sollte die dann jetzt früher oder später mal eintreffen, ähm, ja, dass wir dieses Level im Blick behalten. Ansonsten, wie gesagt, Bitcoin Long, momentan für mich die 22.300, ich glaube 40 haben wir gesagt, werde ich dann gegebenenfalls nochmal als Setup reinhauen. Momentan, ihr wisst, ich bin kein Limit-Fan, ähm, wird wahrscheinlich relativ spontan sein. Einfach aus dem Grund, sollte jetzt irgendwie, äh, wieder Katalysator irgendwas nach unten drücken, macht's keinen Sinn, dann haben wir hier die Limit-Order wieder drin und wir werden ausgestoppt. Aber dazu habe ich ja letzte Woche schon State mit in die Telegram-Gruppe reingehauen. Ähm, da müsst ihr jetzt einfach mal die nächste Zeit ein bisschen vor, beziehungsweise nicht unbedingt mit Limit-Orders rechnen, sondern dass ich das relativ spontan mache, dass ich einfach sage, okay, Bidets Long rein zu dem Level mit dem Sim-Stop-Loss, weil wenn da einfach zu viel Abverkaufsvolumen drin ist, dann seid ihr schneller ausgestoppt, als ich das Signal überhaupt gepostet habe, ne, und das will keiner. Deswegen weiterhin ein bisschen vorsichtig mit, ähm, mit solchen Orders. Gut, dann, äh, kommen wir noch ganz kurz zu den News, und zwar OneCoin-CEO Ruzja Ignatova nach fünf Jahren Versteckspiel aufgetaucht. Ja, anscheinend wurde sie, ähm, gesehen aufgrund irgendeiner Immobilien-Sache und so. Ihr habt euch vielleicht, äh, das Reaction-Video, wo ich dann leider wieder, glaube ich, runternehmen musste, aufgrund der ARD, die mir erst die Zusage erteilt hat, und dann doch wieder gesagt hat, nö, nö, äh, Copyright und so, Mist. Äh, vielen Grüße an die ARD und was weiß ich wen. Ähm, ja, auf jeden Fall, lest euch den Artikel gerne durch, müsst ihr mittlerweile schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten würde ich sagen, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Später kommt noch eine Cardano-Altcoin-Analyse, freue ich mich auch drauf. Und wie gesagt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Das war's von meiner Seite, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao, und wie immer, stay crypto!